janma ist ein pokémon mit den typen käfer und flug existiert seit der zweiten spielgeneration und bildet die basisform zu jan mega janma ist ein mittelgroßes sechsbeiniges und libellen ähnliches pokémon das rot weiß grün orange und schwarz gefärbt ist der torso und der teil des kopfes der nicht von den augen beansprucht wird ist rot die flügel und die krallen am schwanzende erscheinen weiß zusätzlich sind die flügel mit je einem breiten orangenen streifen gemustert schließlich besitzt es schwarze beine und das pokémon besitzt einen sehr schlanken körper aus dem die extremitäten sprießen auffällig dauer ist dann der große kopf dieser wird von den geradezu überdimensional großen augen nominiert welche mehr als die hälfte der fläche des kopfes einnehmen sie bestehen aus grüner lederhaut und schwarzen länglichen pupillen auf dem kopf wachsen zwei kurze hörner und unterhalb der augen befinden sich die mundwerkzeuge der brustbereich ist im gegensatz zum hinterleib etwas breiter aus ihm wachsen oben die beiden langen flügelpaare und unten die drei dünnen und leicht abgeknickten beinpaare der hinterleib ist mit drei dünnen streifen gemustert sein ende ist oval geformt und an den seiten befinden sich zusätzlich zu den beiden nach hinten weisenden krallen zwei längliche fortsätze und in der shiny form sind die roten körperbereiche und die orangenen flügelstreifen blau gefärbt janma erlernt gleich viele attacken aller schadensklassen dabei stammt der großteil der attacken von seinen typen flug und käfer sowie vom typ normal ab hervorheben sind dabei die attacken luftschnitt käfergebrummen und aufruhr besonderheiten in seinem movepool sind scanner vom typ kampf die gesteinsattacke antikraft und hypnose als psychoangriff zu den fähigkeiten gehören temposchrub die nach und nach die initiative des pokémon erhöht und facetten auge welche die genauigkeit von attacken erhöht seltene exemplare von janma besitzen die versteckte fähigkeit schnüffler die auskunft über gegnerische items gibt janma ist in allen regionen außer der kanto und der alola region anzutreffen dabei sind sie besonders häufig in wäldern und höllen zu beachten wie beispielsweise dem ewigen wald es kann in alle richtungen sehen ohne seine augen zu bewegen so nimmt es feine und beute wahr es ist ein großartiger flieger und geübt darin plötzlich anzuhalten oder wende manöver vorzunehmen so kann es sich blitzschnell auf beute stürzen und schlägt es schnell mit den flügeln erzeugtes schockwellen durch die sogar fenster zerbersten janma stellt dabei die erste stufe seiner zweistufigen entwicklungsreihe da und entwickelt sich zu jan mega bei der entwicklung wird das pokémon größer und schwerer und erhält ein rundum bedrohlicheres aussehen besonders aufgrund der dunkleren körperfarbe den stacheln auf dem körper und dem ernsteren gesichtsausdruck zudem werden die flügelschläge des pokémon um einiges stärker um die entwicklung zu jan mega zu vollführen muss janma ein level aufsteigen während es die attacke anti kraft beherrscht und mit seinen beiden typen ist es immun gegen bodenattacken nimmt viertel schaden gegen pflanze und kampf attacken halben schaden gegen käfer attacken doppelten schaden gegen feuer elektro eis und flug attacken vierfachen schaden gegen gesteins attacken und die restlichen typen machen normalen schaden